Ja, da sind wir wieder. Heute möchte ich meine kleine Reihe über künstliche Intelligenz und vor allen Dingen über generative künstliche Intelligenz, insbesondere natürlich Large Language Models, fortsetzen. Ich glaube, es ist nämlich interessant, mal nicht nur über das Thema Intelligenz zu reden und sich daran aufzuhalten, wie dieser Begriff definiert ist, was er meinen könnte und ob wir solchen Maschinen, solchen Sprachmodellen Intelligenz zuschreiben wollen oder nicht, sondern sich mal über das Thema der Semantik Gedanken zu machen. Wie viel semantisches Wissen haben eigentlich Sprachmodelle? Das ist offenbar besser zu beantworten, als das Thema mit der Intelligenz anzugehen. Wieso ich dazu komme, ist folgender Weg, den ich hier gemacht habe. Ich habe einen Artikel gelesen von Holger Lire, der ist Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Magdeburg und er hat jetzt Mitte Februar 2024 einen Text veröffentlicht, der heißt Understanding AI, Semantic Grounding in Large Language Models. Also das Verstehen von künstlicher Intelligenz, die semantische Grundlegung, könnte man das so nennen, da ist das semantische Grundverständnis, was sich in großen Sprachmodellen findet. Dieser Text, den hat er auf Archive veröffentlicht Mitte Februar, dem ging ein Vortrag voraus, den er Ende November an der Universität Magdeburg gehalten hat. Der findet sich auch auf YouTube, KI trifft Philosophie, was versteht ChatGPT. In der Beschreibung zu dieser Episode verlinke ich beides, den Text sowohl wie auch diesen YouTube-Vortrag. Durch diesen Vortrag will ich mal eben kurz durchgehen, weil ich ihn sehr interessant finde in seinem Ansatz und seinem Vorgehen. Mir scheint aber eine Kleinigkeit zu fehlen, das als Cliffhanger bis zum Ende. Darauf werde ich also noch zurückkommen, wo ich glaube, da gibt es etwas, was vielleicht dazukommen sollte. Also er fragt in seinem Abstract Do Large Language Models understand the meaning of the texts they generate? Also verstehen Sprachmodelle die Bedeutung der Texte, die sie generieren. Er sagt, ja, das ist der Fall, aber dafür wendet er jetzt noch an, eine bestimmte Methodik, um zu sagen, dass wir, um einen Weg zu finden, dass man über Bedeutung, über Semantik sprechen kann im Zusammenhang mit diesen Sprachmodellen. Denn er unterstellt, dass das weder stochastische Papageien sind, die also irgendwie in ihren künstlichen Neuronen ein Wahrscheinlichkeitswissen über das nächste Token abgelegt haben, noch sind sie semantische Zombies. Also einfach Maschinen, die überhaupt gar keine Ahnung haben von irgendwelcher Semantik. Das ist seine Grundaussage, zu der er dann auch etwas begründeter noch kommt, aber wir stürzen uns mal in dieses Thema des semantischen Grundverständnisses solcher Modelle. Was er hier noch am Anfang herausstellt in dem Papier ist, dass generative Modelle zwei Sachen auszeichnet. Das eine ist, sie unterscheiden sich von den diskriminierenden Modellen oder man könnte auch sagen diesen klassifizierenden Modellen, also die zum Beispiel Input kriegen und dann sagen, das ist ein Hund oder das ist eine Katze. Da wird also nur das Netz darauf trainiert, zu sagen, wenn ich ein Bild gebe, dann kannst du eine Entscheidung treffen, du bist das eine oder das andere. Generative KI erzeugt selber Daten. Und das ist erstmal ein grundsätzlich anderes Vorgehen. Das, was noch für ihn dazu kommt, was auch besonders ist, dass das KI-Modelle sind, bei generativer KI, die sich selbst überwachen können beim Lernen. Die also gar keinen menschlichen Anteil dabei brauchen, um mit den Daten irgendetwas da rauszuziehen und ihr neuronales Netz daran aufzusetzen, zu konfigurieren mit diesen Daten. Das beschreibt er auch ganz kurz in mit dem Text. Das muss ich auch unbedingt noch mal weiter nachlesen, weil ich das total interessant finde. Aber er sagt, die Grundidee ist folgende, dass ich ein Encode habe. Ich habe also irgendwelche Daten, also Textdaten, die werden durch ein neuronales Netz in irgendeiner Form encodiert, also eingeschrieben. Und wenn ich dann dieses neuronale Netz nutze, kann ich ja auch wieder den ursprünglichen Text rekonstruieren, wenn ich das möchte. Also so diese Encoder-Decoder-Geschichte. Daten werden encodiert, meistens natürlich in komprimierter Form. Wir haben ja nicht mehr das ganze Sprachdaten vorliegen, sondern wir komprimieren das. Ein Sprachmodell komprimiert Wissen über diese Sprache und sie kann dann auch wieder diese Sprache rekonstruieren. Und jetzt macht man nun folgendes von der Grundidee, ich gebe einem solchen Modell einen Satz und halte ein Wort zu. Und dann frage ich, kannst du mir eine Vorhersage treffen, welches Wort ich hier zugehalten habe? Man kann es eine Vorhersage machen und eine Wahrscheinlichkeit dazu angeben. Ja, ich glaube, mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent gehört da dieses Wort rein. Dann kann ich sagen, war völlig daneben oder eben nicht. Weil ich kenne ja das zugedeckte Wort. Und über diesen Mechanismus kann dieses neuronale Netz selber lernen. Das also immer weiß, an Sprache, wenn man so möchte, blende ich bestimmte Anteile aus und dann versuche ich zu erraten, was dahin gehört. Und weil ich ja weiß, was dahin gehört, kann ich mich selber daran korrigieren und trainieren. Das sind also die zwei besonderen Eigenschaften, dass es Daten generiert und dass es sich selbst überwachen kann beim Lernen. Sonst wäre es übrigens auch gar nicht vorstellbar bei diesen riesen Datenmengen, die ein neuronales Netz heutzutage braucht, also ein Large-to-Language-Modell, um überhaupt sinnvoll Sprache generieren zu können. Kommen wir zu seinem Weg, wie er davor gegangen ist. Er unterscheidet einmal extrospektive Methoden, um sich dem Verständnis von Semantik zu nähern, wie man an dieses Thema der Semantik herangehen könnte, also extrospektive Methoden und introspektive Methoden. Fangen wir mal mit den introspektiven Methoden an. Das kennen Sie auch als Mensch. Ich kann einen Selbstbericht anfertigen über das, was ich da so mir gerade denke, was ich da mache und ich kann darüber hinaus auch noch eine Self-Explanation, also eine Selbsterklärung abgeben, warum ich glaube, dass das, was ich da gerade gesagt habe und tue, sinnvoll ist oder eben auch nicht. Wie wir auch wissen beim Menschen, wir sind auch relativ schlecht, selbst Berichte zu geben, warum wir das denken, was wir denken, warum wir zum Beispiel das sagen und tun, was wir tun, das dann am Ende auch noch zu erklären, wird überhaupt fast zu einem Ding der Unmöglichkeit. Jedenfalls machen wir uns an vielen Stellen auch was vor. Zum Beispiel weiß ich gerade nicht bei dem, was ich hier ins Mikrofon spreche. Ich kann Ihnen das nicht erklären, wie ich das gerade mache und warum ich das so mache. Ich habe irgendwie in meinem Kopf offenbar einen Plan, der wird unterstützt von einem Foliensatz, den ich Ihnen übrigens gerne auch im Begleittext verlinke, von einem Foliensatz, aber ich habe keine fertigen Sätze dafür. Ich habe auch nicht irgendwie ein Skript dafür geschrieben, um diesen ganzen Prozess schon festzuhalten, was ich Ihnen jetzt erzählen werde. Aber das kann ich Ihnen nicht erklären, wie das gerade funktioniert. Warum sollte also ChatGPT so etwas können? Und wenn, dann können wir uns auch nicht unbedingt darauf verlassen, dass das, was ChatGPT uns da erzählt, vielleicht auch so zuverlässig ist. Wenn man ChatGPT nämlich befragt, liefert es sehr schnell so eine Standarderklärung, die Sie vielleicht auch schon mal mitbekommen haben, das sagt, naja, ich bin nur ein Sprachmodell, ich verstehe nicht wirklich was über die Welt, also genieße das alles mit Vorsicht und so weiter. Das hat man ihm so nachtrainiert, das weiß das Sprachmodell nicht wirklich, aber im Nachtraining hat man ihm gesagt, immer bitte zurückhaltend sein, wenn bestimmte Arten der Interaktion mit dir verlangt werden. Also da können wir auch relativ wenig drauf geben. Darum streicht Lira auch die introspektiven Methoden als Herangehensweise. Als extrospektive Methoden, also aus der Sicht von außen, also nicht der Sicht von innen, sondern der Sicht von außen, wie kann man da feststellen, ob irgendetwas ein Verständnis hat von dem, was man da so tut, was man da so sieht an der Sprachgenerierung? Da sagt er, wir können, das nennt er den ersten Ansatz, einen behavioristischen, also einen verhaltensorientierten nehmen. Wir gucken uns einfach mal an, was liefert das Ding denn, wenn wir annehmen, so ein Sprachmodell ist eine Blackbox, da kommt was rein, da geht was raus. Na, ist das denn von Verständnis geprägt, was da rauskommt, wenn ich dem zum Beispiel eine bestimmte Frage stelle? Das ist die Grundidee des sogenannten Turing-Tests, dass wir zum Beispiel eine Frage stellen, dann bekommen wir eine Antwort und dann soll ich entscheiden, stammt diese Antwort von einem Menschen oder von einem Sprachmodell? Das wird mir inzwischen sehr, sehr schwer fallen, das überhaupt herauszufinden. Daran können wir ableiten, dass die Imitation von Verständnis offenbar sehr gut gelingt, aber wir kriegen keinen näheren Grip daran, was daran wirklich das Verständnis ist. Darum schwenkt er auf einen zweiten Ansatz, den nennt er Top-Down unter den extrospektiven Methoden. Wir wenden mal Theorien der Semantik auf ein Sprachmodell an und dann gucken wir uns mal an, was da rauskommt. Das werden wir gleich verfolgen, das ist auch der Ansatz, den er gewählt hat, nur noch als drittes. Dann sagt er noch, es gibt noch einen Bottom-Up-Ansatz. Wir schauen uns die Mechanik an, wie so ein neuronales Netz funktioniert, das heißt also seine Architektur. Man spricht also natürlich nicht von Mechanik in der Informatik, sondern von einer Architektur. Dann sieht man Transformer, die dort arbeiten. Das hat was Ähnliches mit dem, was ich Ihnen eben zu Decodern und Encodern erzählt habe. Man guckt sich die Transformerschichten an. Naja, dann kann man entdecken, auf den unteren Schichten scheint so etwas wie Syntax und Semantik an Verständnis entwickelt zu werden, aber was in den oberen Schichten passiert, ist uns komplett unzugänglich. Also so ein neuronales Netz, was inzwischen aus mehreren Milliarden Parametern besteht, ist uns völlig unzugänglich in seiner Komplexität, was da abgeht, auch wenn wir die grundlegende Aufbauweise eines solchen neuronalen Netzes kennen. Scheidet der Ansatz also auch aus. Bleibt also übrig die Anwendung von Theorien zur Semantik. Da sagt er, da muss ich mich jetzt darauf verlassen, als ich das gelesen habe, es gibt Theorien der Semantik und der mentalen Inhaltsabbildungen. Die sind einmal kausal und zweckorientierte Theorien. Dann gibt es Gebrauchstheorien und funktionale Rollenverständnisse. Das macht für ihn, da sagt er, es gibt natürlich ganz, ganz viel, aber das sind für ihn so die drei großen Stränge, unter denen sich Theorien der Semantik eingruppieren lassen. Das macht dann für ihn einen dreidimensionalen Raum auf, zu dem er sagt, wir müssen also unterscheiden den kausalen Anteil des Verstehens, den sozialen Anteil des Verstehens und den funktionalen Anteil des Verstehens. Er nennt es causal grounding, social grounding und functional grounding. Man könnte also auch sagen, das kausale Grundverständnis, das soziale Grundverständnis und das funktionale Grundverständnis, um semantisches Verständnis zu fassen in so einem Sprachmodell. Das gehen wir mal eben ganz kurz durch, diese drei Sorten und versuchen, das mal einzuschätzen. Danach gebe ich noch eine abschließende Bewertung. Da komme ich eben noch auf das vierte fehlende Puzzleteil, wie mir scheint. Kommen wir zum Functional Grounding. Was ist damit gemeint? Damit meint er erstmal nur den Blick auf das Sprachmodell selber im Sinne von, wie kann es mit der Sprache funktional umgehen. Wenn wir das mal beziehen auf ein Spiel wie Schach, da haben wir auch die Schachfiguren. Das hat ja nichts mit Weltwissen oder sowas zu tun. Das sind künstlich aufgesetzte Regeln. Man muss also wissen, wenn ich auf dem Brett eine Figur, zum Beispiel den Bauern, den Springer oder den Läufer verschiebe, dann geht das gemäß bestimmter Regeln und hat eine Auswirkung auf den weiteren Fortgang des Spiels. Also bestimmte Züge, wenn ich die mache, die sind so unglücklich, dass ich im nächsten Zug zum Beispiel Schachmat gesetzt werde. Da kann man suchen andere. Das ist also nur in dem Gebrauch der Regeln beschränkt, dieses Wissen, dieses funktionale Verständnis von, welche Rolle haben diese Schachfiguren für das Schachspiel und das Schachbrett. Also übersetzt auf Sprache heißt das, JGPT arbeitet mit Token, also Bruchstücken von Wörtern, wenn man so möchte, oder kleinen drei, vier Buchstaben langen Einheiten. Das ist das Textäquivalent zu Phonemen, die also sprachlich sind. Mit denen arbeitet es, hat es denn da ein Grundverständnis entwickelt, wie diese Bauteile zusammengehören. Und ja, es ist der Fall, wenn sich die mit JGPT die Ausgaben anschauen, die sind sprachlich wunderbar. Da gibt es, also sprachlich meine ich jetzt im Sinne von, die machen die richtige Zeichensetzung, Rechtschreibung, Grammatik ist alles wunderbar, Subjekt, Prädikat, Objekt, es scheint es alles verstanden zu haben, weil es das eben richtig macht. Und es hat weiß, wie Wörter in Bezug zu setzen sind. Es versteht Rückbezüge in Sätzen. Das sind also alles funktionale Anteile in der Sprache, werden offenbar korrekt berücksichtigt. JGPT hat also die Muster und die Strukturen in diesen Sprachdaten aus der reinsprachlichen Sicht also sehr, sehr gut offenbar aufgenommen. Da sagt also Lire, das funktionale Grundverständnis von Sprache ist also sehr, sehr hoch in solchen großen Sprachmodellen. Ich glaube, den können Sie sicher auch zustimmen aus Ihrer Erfahrung. Ich habe nur ein einziges Mal im Austausch mit JGPT einen kleinen Grammatikfehler gehabt. Den habe ich zwar nicht verstanden, woher der gekommen ist, aber ansonsten lese ich tadellos oder einen tadellosen Gebrauch von Sprache im Umgang mit JGPT. Nächste Baustelle, das Social Grounding, also das soziale Grundverständnis. Hier müssen wir ein bisschen drauf achten, was ist denn eigentlich mit der Sprache jetzt los? Die wird ja nicht nur, wenn wir Textdaten nehmen, die wird ja nicht nur als Korpus für sich verwenden, sondern sie ist produziert worden von Menschen in sozialen Kontexten. Überhaupt Sprache scheint entstanden zu sein aus sozialen Bedürfnissen heraus, dass sich Menschen mitteilen, dass sie kommunizieren, dass sie sich warnen, dass sie sich gegenseitig unterhalten, dass sie sich Geschichten erzählen, die Erfahrungen übermitteln lassen. All so etwas ist in Sprache mit drin. Man sagt auch, dass Sprache eine soziale Praxis ist und dass Menschen eigentlich Sprachspiele spielen in ihren jeweiligen Sprachgemeinschaften. Und diese Sprachspiele sind auch nicht unveränderlich, die können sich auch im Laufe der Zeit wandeln. Es kommen neue Wörter hinzu. Nehmen wir allein dieses Thema Jugendsprache. Jede neue Generation an Jugendlichen drückt sich anders aus, findet andere Wörter, belegt sie mit anderen Bedeutungen, die dann für eine andere Generation vielleicht gar nicht mehr, ältere Generation gar nicht mehr entschlüsselbar sind. Da sehen wir Sprache wirklich im spielerischen Umgang in der Verwendung. Nun stellt Lyra eine Frage, die darauf hinausläuft, in welchem Ausmaß nützen wir, setzen wir eigentlich große Sprachmodelle in unserer linguistischen Praxis, also unserer sozialen Praxis mit Sprache eigentlich ein. Und er sagt, das passiert noch relativ wenig. Das heißt also, wenn wir in unserer sozialen Praxis vielleicht im Selbstgespräch machen wir das, das machen wir aber auch nicht den ganzen Tag über mit ChatGPT, aber auch wenn wir zum Beispiel eine E-Mail uns helfen lassen, die auszuformulieren mit ChatGPT oder einem anderen Sprachmodell oder wenn wir Teile einer wissenschaftlichen Arbeit uns unterstützen lassen durch solch ein Sprachmodell, um sie zu verfassen, dann ist das Teil unserer soziallinguistischen Praxis geworden. Ich halte diese Art von Bewertung des sozialen Grundverständnisses für ein wenig zu eingeengt. Wenn man mit ChatGPT arbeitet und sich ein wenig auskennt mit Prompts, weiß man, dass man ChatGPT sehr gut instruieren kann mit Rollenvorgaben, dass man sagt, versetze dich in die Rolle oder spiele eine Person, die ist zum Beispiel Ärztin, nehmen wir an eine Allgemeinmedizinerin und es kommt ein Patient mit folgendem Anliegen und folgendem sozialen Hintergrund und folgender Geschichte, Vorvergangenheit und so weiter. Dann kann sich ChatGPT sehr gut einfinden in dieses Rollenspiel und bildet auch sehr gut das ab, was wir als menschlich so nachempfinden können, wie sich so eine Person dann verhält. Wenn man also dann zum Beispiel ChatGPT bittet, stelle den Patienten mal, mach mal eine Ananese oder mach eine Diagnostik, was auch immer und sprich mit den Patienten. Dann wird man Dialoge finden, die passen recht gut. Man kann auch ChatGPT bitten, einen bestimmten Sprachstil zu entwickeln, in einer bestimmten Rolle, der dann vielleicht akademisch, formell ist oder er ist eben umgangssprachlich, locker, da vielleicht sogar auch ein bisschen Slang enthalten, also kein Hochdeutsch sein in unserem Fall. Das ist ChatGPT sehr gut in der Lage nachzubilden. Insofern darf man aus meiner Perspektive ChatGPT ein sehr hohes soziales Verständnis unterstellen, weil es diese ganzen Vorgänge, sprachlichen Aufforderungen so umsetzen kann. Also da sehe ich, glaube ich, weil Sprache so viel von Menschen nur mit dieser Grundintention sozialer Kommunikation verwendet wird, hat das offenbar, da ChatGPT das so gut so in der Lage ist, meines Erachtens nach sogar ein relativ gutes, solides soziales Grundverständnis entwickelt. Da unterscheiden sich also Ihre und ich in dieser Grundeinschätzung. Wir machen da aber, gehen da mit verschiedenen Fragestellungen ran. Eher eben um dahin, wie sehr man schon in dieser sozialen Sprachpraxis Sprachmodelle einbaut. Zum Letzten, dem kausalen Grundverständnis von ChatGPT. Das bezieht sich darauf, dass wir in unserer realen Welt, bitte das immer mit Gänsefüßchen, reale Welt, was auch immer das sein mag, da kennen wir natürlich Vorgänge, die voneinander abhängen, die also nicht nur korrelieren, sondern in einem kausalen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und dazu bedarf es aber auch, dass Sprache verweist, eine referenzielle Semantik hat, dass Begriffe und Verwendungszusammenhänge von Sprache abgebildet werden können auf die reale Welt und umgekehrt natürlich auch, sonst wären wir nicht in der Lage, sie auszudrücken. Das heißt, wir beschreiben nicht nur und verweisen nicht nur auf die reale Welt, wir beschreiben auch Ereignisse in ihren Kausalitäten und auch Örtlichkeiten in ihrer Raumverortung. Das transportieren wir die ganze Zeit mit Sprache mit. Das heißt also, in dem Sprachmodell steckt offenbar, das zeigen auch einige Untersuchen, sogar Weltwissen. Es ist also ein indirektes Weltmodell, weil es wieder vermittelt ist über die Sprache des Menschen und seine Erfahrung. Es ist offenbar auch ein Weltmodell in diesen Sprachmodellen mit enthalten. Das kann man eben, sonst würden diese Sprachmodelle in manchen Fällen gar nicht so gute Antworten geben können oder auch Ereignisse, Abläufe, Geschichten darstellen können. Manchmal erleben wir aber auch, dass es dramatisch scheitert. Ich hatte mal ein Beispiel, dass ich ChatGPT gebeten habe, eine Kaffeetasse, die voll ist, also noch mit Kaffee einzupacken und zu verschicken. Da kommt ein totaler Unsinn raus. Daran merkt man, dass das Ding nicht intelligent ist, in dem Sinne, dass es ein Weltverständnis hat, dass es damit umgehen könnte. Es hat aber ausreichend großes Weltverständnis, dass es uns in bestimmten Domänen trotzdem sehr gute weltbezogene Antworten geben kann. Hier ist also noch ein bisschen offen, woran das liegt. Da gibt es natürlich Theorien zu. Aber wir können sagen, ein gewisses Grund, kausales Grundverständnis steckt in einem Sprachmodell drin. Jetzt kommen wir also zur abschließenden Betrachtung dazu. Wie steht es also mit dem semantischen Grundverständnis, wenn man das aufteilt in ein funktionales, soziales und kausales Grundverständnis? Das Funktionale war super hoch. Das Soziale, da unterscheiden sich Lire und ich. Ich sage das schon sehr ausgereift. Lire sagt, na, das ist noch ziemlich gering. Und das kausale Weltverständnis, ja, das ist vorhanden. Es ist ein indirektes Weltmodell, was sich in dem Sprachmodell semantisch findet. Das ist schon ziemlich gut, aber es könnte noch wesentlich besser sein. Lire meint auch, da werden wahrscheinlich viele auch zustimmen, das lässt sich verbessern und erweitern, wenn Sprachmodelle noch mehr berücksichtigen können, wie zum Beispiel direkte Wahrnehmung oder Verkörperung haben. Also dass ein Körper, Roboter zum Beispiel dazu gehört, dass sie auch aktiv in Welt tätig sein können, um daraus auch zum Beispiel zu verstehen, was Kausalität zum Beispiel überhaupt bedeutet und was Welt an sonstigen Verhältnissen alles so mit sich bringt. Aber ich glaube, das, was fehlt, was Lire nicht berücksichtigt ist, dass es auch noch ein gesellschaftliches Grundverständnis gibt, dass Sprachmodelle in meinen Augen bisher gar nicht berücksichtigen. Was meine ich mit gesellschaftlicher Fundierung? Das sind Werte und Normen. Da will ich noch im Augenblick ein ganz, ganz großes Fragezeichen dran machen, inwiefern solche Sprachmodelle das überhaupt gelernt haben, Sprache, also aus Sprache dieses Indirekte von Normen und Werten herauszuziehen. Darum gehen also Menschen wie miteinander um, dass diese Sprache also zum Beispiel ein Ausdruck ist dessen, dass Menschen in bestimmten Situationen nett und vorsichtsvoll, ja und rücksichtsvoll, so würde ich sagen, rücksichtsvoll miteinander umgehen. In anderen, zum Beispiel in einem Gerichtssaal, eine ganz andere Sprache verwendet wird, aus anderen Zwecken auch ganz anderen Normen, also den Normen, die da greifen, weil hier wird Rechtssystem angewendet. Das kann es vielleicht als soziale Rolle verstehen, aber versteht es das als Werte und Normen, die Dinge hinterlegen, wie wir Menschen miteinander umgehen? Im Augenblick halte ich es, so meine These, für sehr unwahrscheinlich, dass wir da weiterkommen auf dieser Ebene durch dieses Selbstlernverhalten und auch diese Erweiterung von Semantik durch Wahrnehmung, Verkörperung und aktives Teilhaben an der Welt. Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Entscheidend ist aber, dass wir Menschen über dieses gesellschaftliche Grundverständnis, über Werte und Normen uns einig werden müssen. Das betrifft zum Beispiel auch die Didaktik in hohem Maßen, die Schuldidaktik ebenso wie die Hochschuldidaktik oder die Wissenschaftsdidaktik. Da spielen immer in der Didaktik Werte und Normen eine Rolle und es scheint, dass Sprachmodelle vielleicht das gar nicht drinnen haben können. Vielleicht ist das auch prinzipiell nicht deren Domäne. Das ist also ein Feld, was wir unbedingt beackern müssen und was ich denke eine Bedeutung und eine Relevanz hat auch zu diesem ganzen Thema Semantisches Grundverständnis. Dass wir zumindest auch erkennen müssen auf den anderen Größen Social Grounding, Corsal Grounding und Functional Grounding, das wird sich weiterentwickeln ohne Frage. Aber das gesellschaftliche Grounding, Societal Grounding, das scheint ein Baustein zu sein, den werden die Schöpfer von Sprachmodellen vorerst wahrscheinlich nicht adressieren können. Und selbst wenn sie das eines Tages täten, ist das ja immer noch ein Punkt, dass wir selber Menschen sind mit unseren Normen und Werten, die wir festlegen, die wir auch gestalten in Gesellschaft. Und da werden Sprachmodelle vielleicht auch an ihre prinzipiellen Grenzen stoßen. So viel dazu. Das war mein kleiner Ausflug in diese Welt des Vortrags von Holger Lierer und seinem Text dazu, zum semantischen Grundverständnis von Sprachmodellen, der mir deshalb so gut gefallen hat, weil er mal wegkommt nur von dem Begriff der Intelligenz und versucht aufzuschlüsseln, wie geht es denn eigentlich hier voran mit dem Verständnis, was wissen denn Sprachmodelle? So viel dazu für heute. Wir hören oder sehen uns einander mal wieder. Ciao, ciao. Ciao.